Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Überblicksvideo über die Mizuno Schuhe für die laufende Saison. Was neu ist, was alt ist, was gut ist, gleich im Überblick. Wir haben hier zunächst rechts von euch die Volleyball Range aufgebaut. Das ist zum einen mal hier der Wave Lightning Z6. Ein sehr schmaler, extrem leichter Volleyball Schuh mit relativ weniger lateraler und medialer Stabilität. Das heißt, da wirklich nur für Speed-Spielerinnen und Spieler geeignet. Definitiv niemand, der oft in den Zweikampf muss, aber gerade für Außenspielerinnen und Außenspieler bestens geeignet. Das genaue Gegenteil haben wir hier im Wave Momentum. Den in einem Update gegenüber der Vorgängerversion mit neuer Schnürung, die außen keine Druckstellen mehr zulässt, mit einem deutlich angenehmeren Fit, mit etwas weniger klobigem Schaft. Also da auch etwas dynamischer geworden, etwas leichter geworden. Und durchaus für schwere Rückkommensspielerinnen und Spieler, für Kreisläuferinnen und Kreisläufer sind diese Schuhe perfekt geeignet. Habt ihr bei der abgelaufenen WM auch teilweise gesehen. Dann kommen wir hier zum Wave Mirage. Auch hier nur ein Color Update. Nach wie vor extrem leicht. Auch da eher Speed, ein bisschen mehr Stabilität als der Wave Lightning Z6. Für Außenspieler sehr gut geeignet. Kommen wir hier zum Topmodell, zum neuen Modell Wave Stealth Neo. Einmal in der Midcard-Version, der hohen Version, mitentwickelt von Mikkel Hansen, Welthandballer und Weltmeister und Olympiasieger. Hier in der flachen Version hat ganz schön eingeschlagen dieses Jahr sehr stabil. Trotzdem ein bisschen leichter und agiler geworden. Nicht mehr so klobig wie der alte Stealth. Mit Mizuno Energy, einem neuen Dämpfungsschaum, der viel Rückstoßenergie bietet. Plus die Wave-Technologie, die viel vorwärts dran euch im Schuh bietet. Das Topmodell für Rückraumspielerinnen und Rückraumspieler jeden Musters. Wenn ihr Fragen habt, meldet euch auf replayhandball.de auf unseren Social Media Kanälen und bis zum nächsten Mal.